Auf ergonomische Büroarbeitsplätze wird heutzutage viel Wert gelegt, da diese die Gesundheit, Motivation und Effizienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Allerdings wird dabei nicht immer das richtige Licht berücksichtigt, obwohl dieses ebenfalls einen wichtigen Beitrag dafür leistet. LEDVANCE bietet mit dem Biolux Human Centric Lighting, auch kurz Biolux HCL, Lichtmanagementsystem, das richtige Licht zur richtigen Zeit. Die Installation und Inbetriebnahme stelle ich heute vor. Diese ist grundsätzlich einfach, komfortabel und für jede Elektrofachkraft machbar. Für die Installation ist Standard Elektrowerkzeug erforderlich, welches ich hier auf dem Tisch vorbereitet habe. Im weiteren ist eine Hohlwanddose für die Installation der Steuereinheit notwendig, sowie Elektrokabel für die Elektrifizierung und elektrischen Anschluss der Leuchten. Das Smartphone wird dann zum Schluss benötigt für die Inbetriebnahme des Biolux Human Centric Lighting Systems. Darauf gehe ich dann auch später im Tutorial noch ein. Hier sehen wir die original verpackten Produkte im Anlieferzustand. Zum einen die Panelleuchte als auch die Steuereinheit. Die Steuereinheit besteht aus den zwei Produkten, die wir hier drin sehen. Zum einen das Netzteil und zum anderen dem Drehteil. Ebenfalls wichtig ist das QR-Code Cliflet. Was wir hier sehen. Ich habe bereits die QR-Codes der einzelnen vorinstallierten Leuchten hier aufgeklebt und werde jetzt noch zusätzlich den QR-Code der Steuereinheit in dem Bereich dazukleben. Für die Vorbereitung der Installation packe ich jetzt noch die Leuchte aus. Die Leuchteninstallation ist simpel. Auf der Primärseite vom Vorschaltgerät wird das Netzspannungskabel am Terminal mit L und N angeschlossen. Auf der Sekundärseite gibt es bereits ein vormontiertes Kabel mit Steckverbinder. Dieser wird mit der Leuchte verbunden und verschraubt, damit auch die Zugentlastungsfunktion gegeben ist. Ich setze jetzt die Leuchte in die Odenwalddecke ein. Damit ist die Elektroinstallation der Leuchten abgeschlossen. Wie Sie sehen können, habe ich die Hohlwanddose bereits vormontiert. Auch die Adern habe ich am Terminal des Netzteils angeschlossen. Am Terminal sieht man auch die Beschriftung L, L' und N. L' hierbei ist die geschaltende Ader vom Lichtschalter zum Leuchtenstromkreis. Jetzt setze ich das Netzteil in die Hohlwanddose ein und verschraube dieses. Abschließend wird das Drehteil lagerichtig mit den Kontakten in das Netzteil gesteckt. Damit ist die Elektroinstallation der Steuereinhalt als auch der Leuchten abgeschlossen. Als nächstes gehe ich auf die Inbetriebnahme ein. Die Inbetriebnahme ist erforderlich, um die Steuereinheit mit den Leuchten drahtlos zu verbinden. Für die Inbetriebnahme ist die Elektrifizierung der installierten Leuchten und der installierten Steuereinheit erforderlich. Ich habe da den Strom wieder zugeschalten. Jetzt öffne ich die vorinstallierte App auf dem Smartphone. Diese kann kostenlos in den App-Stores Android und iOS heruntergeladen werden. Die App hat auch den Raum bereits gefunden. Im nächsten Schritt scannen wir den QR-Code der Steuereinheit vom QR-Code D-Flat. Außerdem scannen wir die QR-Codes der installierten Leuchten. Damit sind alle installierten Leuchten gescannt. Als nächstes bestätige ich die Konfiguration und benenne den Raum. Jetzt werde ich noch den Ort und die Zeit bestätigen, welche für die Lokalisierung erforderlich ist, damit sich das Licht entsprechend einstellen kann. Eine genaue Ortsangabe ist nicht zwingend notwendig. Wir sind jetzt fast fertig. Nun werden noch die Leuchten mit der Steuereinheit drahtlos verbunden. Als optisches Feedback sehen wir das Blinken der Leuchten. Jetzt ist das System betriebsbereit. Als letzten Schritt führen wir noch die Funktionsprüfung durch. Dafür drehe ich an der Steuereinheit und wähle einen beliebigen Modus, wie beispielsweise Relax. Wir sehen, dass sich die Leuchten auf ein warmes, gedimmtes Licht anpassen. So leicht kann es gehen und das Biolux Humid-Centic-Lighting-System ist betriebsbereit. Wie versprochen, unkompliziert, für jede Elektrofachkraft leicht zu installieren und die Betriebnahme ist schnell und ganz ohne Programmieraufwand. Das war mir als gelernten Elektroinstallateur ein besonderes Anliegen während der Produktentwicklung. Wenn Sie mehr über das LEDVANCE Biolux Humid-Centic-Lighting-System erfahren wollen, dann zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen. Oder Sie besuchen unsere Webseite unter www.LEDVANCE.de.